hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die achten ticket und heute habe ich das spiel zero city viel spaß und dann sind wir auch schon wieder in dem spiel ist dann legen wir gleich los ich probiere mal wieder nicht alle tagesquiste zu machen aber ich glaube zwei dort schon zu lange dann gehe ich auf tägliche missionen und wir schauen mal nach video ansehen mal spielt allein das gehört dazu bahnhof raubzug da können wir machen zack dann sind wir mal da auch ich habe schon genug sind die besten drin soweit ich weiß sind nur die best nur die best da jetzt haben wir die beste bestätigen bestätigen im kampf und los geht es ok unser erster gegner ich werde als erstes meine schwächsten leute reinpacken dann starten wir mal das ganze ich brauche nur fünf sieger aber ich probiere komplett durchzulaufen das sieht schon mal vielversprechend aus noch alle mit fast vollem leben der hat ein bisschen weniger und der hat auch ein bisschen weniger bisschen weniger bisschen weniger bisschen weniger und der hat auch voll und der hat auch noch voll ach so das kann ich auch noch mal benutzen das kann ich auch noch mal benutzen ach stimmt die sind die fähigkeit ist nur für die vorderen für die tanks wenn ich die benutze kriegt der vordere einen schaden oder die gegnerischen tanks bekommen dann schaden wenn der so lange leben hat das sieht ja richtig gut aus sagen wir hatten wir sind die Cannse nicht ich kann ich kann also die Quest habe ich jetzt schon abgeschlossen aber ich probiere so weit wie möglich zu kommen ist langsam ein bisschen schwieriger das sieht man an den neben von meinem tank und von meinen beiden heiler Ah mein tank ist down und wiederbelebt tank clear und da steht er wieder das wird richtig knapp jetzt bei denen wir mal verlieren zwei leute down dann holen wir mal die nächsten zwei aus der reihe oh das sind sogar zwei nahkämpfer ein nachteil habe ich ich habe keinen heiler mehr ich glaube hast du doch der heiler okay keiner wiederbelebt damals andere einer der wiederbelebt na gut wieder einer da noch drei kämpfen ah jetzt haben wir einer der wiederbelebt okay er heilt sich selber ein bisschen hoch macht das auch schon mal gut oh oh jetzt habe ich drei stück die vorne kämpfen und zwei geschießen gegen sechs wie unfair fünf gegen sechs einer tot vermeiden zwei tauchen die beiden alleine werden das leider nicht schaffen aber ich kann das trotzdem mal machen oder ich rüber noch mal drei sökner dazu ich habe ja noch ein bisschen gold ähm was habe ich jetzt wir haben ein fernkämpfer und ein aber was machen die ok der schießt nur aber was macht der hier irgendwo ich glaube rechts waren die starken oder ich weiß es nicht wie sieht denn der aus auch nicht so gut egal wir kaufen drei söldner ein einer der vorne steht infanterist wie sehen meine beiden aus so ok also wir haben nur einen ranger der kostet 100 das ist heftig aber ich wollte ja von allen etwas kaufen also kommt schon ranger dann nehmen wir den hier dann nehmen wir den hier und dann so mal einen der heilen kann er war in der schule schlecht in chemie aber alles und stellt bei verbündeten gesundheit wieder her das ist schon mal wichtig der kann gesundheit wieder herstellen dann war jetzt bei den anderen stellt gelegentlich die gesundheit als verbündeten wieder her ok und hier haben wir belebt gelegentlich einem verbündeten der belebt die beiden stehen her der belebt die beiden stehen her was macht meiner der städte gesundheit wieder her also bräuchte der belebt söldner und finn da 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 so dann geht es jetzt in den kampf ok das war der kampf in den kampf oh der letzte kampf ok boah der ist heftig da ist die drue wir haben es geschafft Belohnung abholen oh da umbrennt es da umbrennt es jawohl was haben wir hier oh Belohnung abholen was haben wir hier oh da muss ich erst mal gleich Geld ausgeben vorher bevor ich das nehme sonst ist Geld weg oh ne ich hab's nur Essen weg Pimp bp Nein, wir holen sie immer nicht Ich habe 3 Millionen, mit 3 Millionen kann ich nicht viel machen, dann hole ich mir erst das Geld ab, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe, das war hier, ok, alles voll, nice, dann muss ich aber gleich das erste aus, Schmielabor, Stahl, was kann ich denn nicht machen, weil was ist das teuerste, ah hier, ich kann kein Holz, ich brauche größeres Holzlager und Stahllager, Holz und Stahllager, Werkstatt, Allianzhalle, Chemiewerkstatt, Wohnzimmer, Kaserne, Tischlerwerkstatt, Küche, Labor, Büro, Holzlager, genau, Holzlager und Stahllager, diebei muss ich auf jeden Fall aufwerten, verbessern, verbessern, und jetzt kann ich auch nichts mehr machen, na gut, ab Level 6 kriegt das der nächste Kamerad dazu, ah, das dauert noch, jetzt haben wir erstmal da, das Lager wird ausgebaut, überlegen, Arena, dann haben wir mal eine Arena dran teil, teilnehmen, ich habe ja 411 Tickets, da kann man das mal ruhig machen, ne, das wären irgendwie nicht weniger Tickets, was kann ich denn hier in den Laden kaufen, ich habe es 226, nichts, zu Überraschungsdinger, beim Bahnhof da hatte ich auch genug, 25.000, ah, hier kriege ich nur Ressourcen, ich kaufe mal so eine legendäre Kiste, Ach, da sind solche Sachen drin, geht noch nicht los, Bunker, naja, Spielersuche läuft noch, okay, ich habe ja jetzt genug Runen, habe ja die legendäre Truhe noch gekauft, ähm, welche Halle war das gewesen, habe ich da noch alles voll, ah, das kann ich auch noch machen, habe ich, schau mal hier rein, voll, der ist noch nicht freigeschaltet, ach, Tech-Zentrum, hier ist es doch, die Sachen, die ausgerüstet sind, haben alle schon ein Chip drin, das ist gut, Aufs Maximale aufleveln, hab hier noch genug Geld, 6 Million noch. Bevor ich die wieder verliere, wenn ich gegen andere Spieler verliere, mache ich dann das lieber hier. Spielersuche immer noch. Hab ich schon. Okay. 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 Ich hab jetzt verwirrt, grad war immer noch der Charakter damit die ganzen Sachen. Und jetzt... Ich probier mal entfernen. Okay. Warte mal. Dann... Oh, es geht los. Gut, dann müssen wir auch schnell zur Arena gehen. Arena. Es geht los. Ah, ich bin wieder das Schlechteste. Die haben alle gegen mich gekämpft, oder? Packpeat. Packpeat oder wie das heißt. Ich kämpfe mal gegen Packpeat. 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 Das ist der hier. 3 Millionen. Ich hab 500.000. Lol. Ah. Ich hab doch vorhin schon 700.000 gehabt. Da liegen meine. Oh. Das war das Mikro. Entschuldigung. 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 Nimm einfach mal den nächsten, der vor mir ist. Ich werde zwar gegen niemanden gewinnen, aber... Ich kämpfe jetzt gerade gegen den schlechtesten von den ganzen. Ich hab's ein bisschen länger überlebt. Das kommt Leute. Hierbei noch. Die müssen kämpfen. Verloren. Verloren. Das sieht auch cool aus. 3 E M A. Keine Ahnung. Noch der. Gut. Nächste Runde. Stufe 3. Das war dann schon mal ein bisschen langweilig. Na. Stufe 3. Wie ist das eher der schlechteste? Vielleicht gewinne ich ja jetzt. Na ja. Fast. Fast hätte ich's geschafft. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich glaube, der ist eingeschlafen, am helllichten Tag, bei uns, bei ihnen, weiß ich nicht. Also, ihr habt schon mal 10 Punkte, die kriege ich am Ende, und wenn ich noch zweimal kämpfe, dann kriege ich 25 Punkte. Ah, mein nächster Gegner, der hat nicht gekämpft. Ich denke mal, der hat schon gegen die schlechteste Dinge gekämpft und gesagt, so, ab jetzt verliere ich nur noch und will nicht mehr kämpfen. Da kommen die ganzen Leute von denen her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Okay. Und der letzte Kampf. Der hat auch 3 Millionen. Meine Güte. Oh, das ist süß. Da ist das süß. Da ist das süß. Da vorne, boff, alle gleichzeitig umgefallen. Von unsüß. Der 2 Millionen? Okay. Der zweitschwächste hat der 2 Millionen. Ach ja. Am Anfang hat mir das Spiel richtig Spaß gemacht. Nur irgendwie, ich bin so weit gekommen und meine Leute werden jetzt nicht mehr richtig stark. Am Anfang war ich noch gut gewesen, wo ich das immer gespielt habe. Und auch dann irgendwann mal kommt man nicht mehr richtig weiter vorwärts. Entweder fehlt das Geld oder irgendwas ist dann immer. Ah, jetzt habe ich verstanden. Auch das eine. Hier drinnen. So. Den haben wir voll. Den haben wir voll. Zurück. Oh, ich werde angegriffen. Ich will mich auch verbessern und bei... Hier sind die Leute drüber. Ne. Auch nicht. Ha. Ich habe doch nicht verstanden. Wo, wenn wir da ist. Das haben wir... Noch 5 Millionen haben wir. Und die wir... Ausgeben können. Dann war alles fertig. Ah, hier der Wiffen war. Der ist wichtiger. Boha, 6 Millionen. So viel habe ich gerade nicht mehr. Gut, dann machen wir erst mal andere. Fangen wir doch von oben an. Den haben wir fertig. Oh, das habe ich gemacht. Den nutzen. 300.000. Das war jetzt bei dem angekommen. Dritt 52, ok. Okay. Aufleveln. Ich habe ja noch genug. Nur mein Geld wird langsam weniger. Ich werde mal probieren, den hier zu nehmen. Den nutzen. Den verschmelzen. Ich brauche wahrscheinlich genau den gleichen, denke ich mal. Kann ich den nicht auf maximal machen, wenn ich den da reinsetze? Einsetze. Okay. Dann nochmal jetzt da. Was ist der hier? Ach, das war jetzt der falsche. Da. Genau. Nutzen. Verschmelzen. Mit. In hier. Da kommt ein grüner Ball raus. Könnte ich mir aber auch irgendwie schon denken. Okay. Muss den wieder hochleveln. Bestimmt. Okay. Schauen wir mal. Wir haben hier. Pistole. Level 5 war, der ist episch. Pistole. Duh. Ha. Das war jetzt der hier. Nutzen. Verschmelzen. Verschmelzen. Pistole. Da ist er. 1,5 Millionen. 2,5 Millionen. Jetzt kommt bei mir. 4 Millionen. Das war jetzt der Strand. 2,5 Millionen. 2,5 Millionen. Das war jetzt der Strand. 1,18 Mio. Ah, nein, den haben wir fertig, das ist ein anderer Fünfer, ich habe keinen Fünf-Sterne-Kämpfer mehr, oieieiei, dann haben wir hier die legendären Sachen, nutzen, den hier, aufstufen, maximal, zack. Den haben wir fertig. So, und dann sind wir auch gleich schon fertig. Ich werde noch einen aufleveln, mehr kann ich auch nicht mehr aufleveln. Na, warte mal. Fertig, den noch nicht, genau. Und, jetzt habe ich kein Geld mehr. Gut. Ich könnte mal probieren, einen Kraulen aufzustufen wie den hier. Blitz. Blitz, 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 Blitz. Blitz, ein Grauen. Ich glaube, das hat 300.000. Kann ich das auch mit anderen machen? Ne. Muss immer ein gleiches sein. Blitz, Blitz, verschmelzen. 500.000 war das. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Mal kurz gucken, ob meine Leute hier auch alle arbeiten. 16. 13 Stunden, 16, 15 Stunden, 16 Stunden, 23 Stunden. Und die beiden sind leer. Ich glaube. Die sind schon alle bei 30. 30, 20. Aber der hat nur einen Stern, es geht also nicht weiter bei denen. Gut. Gut. Und bei denen? 8. Naja, okay. Können wir beim letzten Mal schauen. Müssen aber alle 8 sein. Das geht ja schnell. Ja. Gut. Dann war's das für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschö-tö-tö. Tschö-tö-tö.